Ach du Scheiße, ich hoffe das ist eine gute Idee. Gespeichert haben wir. Zurück kommen wir auch. Sollte mal sterben. Irgendwie. So, dann laufe ich hier mal querfeldein. Dahinten brennt ein Schwein. Das sollte sich gar nicht reimen. Das jetzt auch nicht. Da schwimmt ein Schwein gerade die Lava hoch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Cool. Ich frage mich, ob das gleich loslatscht oder wo das... Kommt das dann da oben hin oder fliegt das dann gleich runter? Oder Stage Diving oder was weiß ich? Ich will auch in Lava hochschwimmen. So und nu? Was machst du jetzt? Ja, ist das Schwein ein bisschen angearscht? Was wird denn das jetzt? Will wahrscheinlich eine Glühbirne wechseln oder sowas. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen leider weiter. Und zwar möglichst nicht durch Lava. Aber... So, die Pilze können wir geflissentlich auch mal ignorieren. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, was wir hier machen. Wir begeben uns schon ein bisschen raus aus unserem... Wie heißt das? Bequem-lichkeits-dings-scheiß-ding? So, hier haben wir eine Menge Lighty Lighty. Und da haben wir eine Menge Lava Lava. Mr. Lava Lava. So, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Das ist ja schon mal ganz toll. Und ich hoffe, wir finden dann auch zurück. Das wird schon irgendwie werden. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Oh. So... Hier ist ein Loch. Da wollen wir nicht zwingend rein. Ich versuche mich hier so ein bisschen am Rand zu halten, weil ich will nicht unbedingt, dass uns der Marshmallow aufspürt. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe einen Bogen vergessen. Weil wenn ich jetzt die Feuerbälle zurückschleudere, das wäre natürlich schon scheiße. Hallo? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ist er das da vorne oder ist das ein anderer? Hallo? Ich glaube, das war er da vorne. Ich schleiche mich jetzt mal hier ganz heimlich, ganz schnell. Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. Au. Der Steiß ist heiß. Die Löcher hier unten im Boden sind echt super. Das ist ja eine tolle Sache. Die hier gehen, aber die da drüben waren ja eben ein bisschen tödlich. Ich hoffe, wir finden überhaupt zurück. Mein schweinischer Freund, ich muss hier mal passieren. Ja, ich weiß, ihr wisst noch nicht, was ich vorhabe, aber ich hoffe, das wird sehr bald offenbar. Ich hoffe auch, ich verlaufe mich hier nicht. Das wäre ein bisschen uncool. Ah! Da ist sie! Die... Die Festung! Da wollte ich hin. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Die habe ich nämlich mal, als ich damals diesen einen Tunnel gebaut habe, als wir von der Höhle kamen. So, ich hoffe, wir können uns hier dran vorbeischlawinern, ohne dass uns so ein blöder Gast mitkriegt. Scheiße, ich sehe hier auch gar nichts. So, lalalalalala, können wir ja diese Netabricks auch mitnehmen. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt... Ach, da oben. Okay, wir können da nach oben. Hauptsache uns findet kein Gast. So, jetzt schleichen wir uns nämlich da rein in diese Festung. Wir hätten uns auch künstlich da rein arbeiten können, aber das ist jetzt auch mal egal. Wir werden es anders probieren. Und hoffentlich findet uns hier kein Gast. Habe ich ja zum Glück noch nie erwähnt. So. Den ersten Fuß haben wir an der Tür. Was ist das denn? Ach, das ist wieder... Das sind wieder irgendwelche komischen Geschwüre hier. So, jetzt nur gucken... Boah, ist das dunkel hier drin? Wieso sind wir eigentlich noch nie in so eine Festung reingegangen? Ich glaube, weil wir den Neta so lange... Äh... ...aus den Augen gelassen haben. So. Major Bogner oder Major Bogner sagt gerade, seine Chance gesehen zu wären sind 0,1% bei Twitter. Aber jetzt haben wir ihn doch gesehen und auch einfach mal vorgelesen. Hast du jetzt davon, lieber Bogner? So schnell geht das nämlich. So, ich bin mal lieber doch ein bisschen sparsamer mit Fackeln. So, darf ich hier... Ich wusste, dass hier so ein Viech ist. Mist. Mist. Ach, scheiße. Ich hasse es. Ich hätte einen Bogen mitnehmen sollen. Und ich muss was essen. Ich hoffe, da ist nicht noch einer. So. Dann eben so. Zack. Haben wir auch so einen lustigen Rott. Stuart. Und ich leuchte hier mal aus. Und ich nehme hier mal mit die alten Warzen. Mmmh. Lecker, 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 lecker. Ich könnte ja auch Soulcent mitnehmen. Dann können wir die vielleicht züchten. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel mit Neta-Warzen gemacht. Außer privat habe ich die selber am Arsch auch. Eine feine Kollektion davon, sozusagen. So, mal gucken, wohin der Gang uns bringt. Und mal gucken, wie groß das ganze Ding ist. Die Festungen sind teilweise riesig. Und, äh, ganz ehrlich... Ich glaube, es tut ganz gut, wenn wir hier unten mal in Schuss bleiben. Mist, hätte ich mal einen Bogen mitgenommen. So. Ach egal, komm. Laufen wir hier mal zurück. Aus diesen Steinchen könnte man sich auch noch ein schönes Gebäude machen. In der richtigen Welt. Mal gucken, wie die bei Tag aussehen. Das war ja auch mal interessant zu sehen. Also jetzt vor allem mit Sonic-Shader-Mod und so. Das wäre doch mal ganz spannend eigentlich. Und ich meine, davon haben wir... Wir haben ja ein paar davon auch hier. Kann man ja... Machen. So. Oh, Moment. Eine Sekunde. So. Entschuldigung. Ich musste hier gerade mal was drücken. Mich selbst. Forever alone. So. Hier haben wir einen schönen Lavapool. So. Da nach draußen gehen wir mal lieber nicht. Das wird gerade bewacht. Oh Gott. Ich sollte mir eigentlich die Taschen voll machen. Jetzt mit diesen Netabricks. Ach du Scheiße. Oder so ein Zäunchen wäre doch auch nicht schlecht. Könnten wir alles mitnehmen. Ach, hat sich ja richtig gelohnt. Na super. So. Oh. Weißt du was? Dann sammle ich die Warzen nochmal schnell ein. Ach du bist das. Ich frage mich, wer die hier die Sachen alle baut. Und dass das niemanden stört, wenn wir hier einfach alles mitnehmen. Na Marshmallow. Nimmst du das M weg, dann hast du ein Arschmallow. Gut. Da kommt aber auch nichts mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder zurückfinden werden übrigens. Aber das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Komm, da geht's weiter. Ich baue hier mal die Wand ab. Dann haben wir zumindest noch ein paar von den Steinchen, die wir mal mit. Was ich hätte machen sollen oder was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist auch mal Obsidian mitnehmen und hier noch ein Tor reinbauen. Das wäre ja gar nicht mal so uncool. Dann können wir jedes Mal zurück. Weißt du? Kommt mal wieder zurück. Holen uns wieder ein paar Steinchen. Bauen das ganze Ding systematisch ab. Oder übernehmen das Ding systematisch. Ach du Köcke. Da will ich nicht runter. Und da will ich erst recht nicht runter. Vielleicht sollte man das mal zubauen. Höh. So. Wo können wir denn da noch langen eigentlich? Hier waren wir schon, da unten waren wir schon. Von da kommen wir glaube ich. Aber da ging's... Ach, hier geht es auf so eine Aussichtsplattform. Haben wir überhaupt Kohle noch dabei? Wir haben keine Kohle dabei. Das ist ja super. Das heißt, wir können auch keine Fackeln mehr machen. Ich fürchte, wir werden erstmal ein bisschen im Dunkeln rumlaufen müssen. Ich glaube, ich mache das so, ich sammle die Fackeln wieder ein und dann mache ich immer da Fackeln hin. An jeden prägnanten Ort, wo wir mal waren. Da hinten geht es weiter mit der Festung. Ja, Schnauze, keine Zeit für dich. Hm. So, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du bleibst hier. Du kommst mit. Und du kannst ruhig hier bleiben. So, da kommen wir auf die Festung drauf. Da waren wir, glaube ich, schon überall. Ich könnte natürlich jetzt... Oh, das Ding ist voll nah. Ich könnte jetzt... Tschüss. Ich könnte da jetzt aufs Dach springen und weiterlaufen. Aber das bringt, glaube ich, nicht so viel, weil wir dann auf der Festung rumlaufen. So, ich nehme hier mal wieder... Du kommst mit. Du. Du kommst mit. Scheiße, habe ich Kohle vergessen? Habe ich Pfeile vergessen? Ich mache die Fackern jetzt einfach so an jeder Ecke ran und ich glaube, da hinten waren wir auch noch nicht. Da haben wir uns nach oben gegraben und da... Oder waren wir da doch schon? Ja, nun gut. Ich glaube, da waren wir schon. Doof. Na gut. Wo geht's denn weiter? Ich würde gerne... Ich würde auf jeden Fall noch einen von diesen Spawnern finden für diese Rotviecher. Und dann würde ich gerne auch noch... Was wollte ich denn noch suchen? Ich weiß es gar nicht. Habe ich vergessen? so ja scheiße wir müssen eigentlich ach hier war ich noch nicht okay wir müssen eigentlich rüber zum anderen zur fortsetzung der festung glaube ich und wieso höre ich tauben in meinem ohr und eine krähe da drüben müssen wir hin das heißt da könnten wir hin